Audio to go präsentiert Der Wahnsinn rechnet ab Das allerletzte vom anderen Ende der Servicewüste von Tobias Kühnlein Es liest Oliver Kalkofe Die Geschichten in diesem Buch basieren auf wahren Begebenheiten. Alles, was sie hören, ist so oder ähnlich tatsächlich vorgefallen. Kein Scheiß! Ein Wort der Vorbereitung Man sollte meinen, ich hätte schon alles erlebt. Nach all der Zeit im Verkauf, nach all den Kunden, all den Kuriositäten. Aber es war immer dasselbe, wenn ich diesen Gedanken in meinem Kopf formte. Es kam jemand, der all dem noch einen oben drauf setzte. Sie haben nicht zufällig ein Maßband da? Oder ein Lineal? Oder sowas? Der ältere Herr an meinem Infotresen schien recht genau zu wissen, was er vorhatte. Ich ess eines unserer Einwegmaßbänder ab und reichte es ihm. Hier bitte, ein ganzer Meter. Und den dürfen Sie sogar behalten. Geht aufs Haus, lächelte ich. Danke, Sie Spaßvogel, sagte der Mann mit Hut mürrisch und ging ein Regal weiter. Was hatte es nicht alles schon gegeben in der langen Zeit, die ich nun im Verkauf tätig war? Dass uns Kunden mit dem Rechtsanwalt drohten, wenn ihnen mal ein Furz quer saß, geschenkt. Früher hätte ich mich über so etwas aufgeregt. Ja, aber heute nicht mehr. Alles schon zigmal dagewesen. Und zumeist waren es eh nur leere Drohungen. Den meisten angedrohten juristischen Konsequenzen fehlte jegliche rechtliche Grundlage, sodass sich der Anwalt spätestens bei der ersten Konsultation durch seinen Madanten totgelacht hätte. Oder aber die Dreistigkeit, eine Tintenpatrone nach neun Monaten zu reklamieren, weil sie aufgrund unsachgemäßer Lagerung oder mangelnder Benutzung eingetrocknet war. Nein, auch das entlockte mir bestenfalls ein müdes Lächeln. Solche Absurditäten gehörten mittlerweile zum Tagesgeschäft. Fast 15 Jahre war ich nun schon im Einzelhandel tätig. 15 Jahre lang erlebte ich Tag ein Tag aus eine Katastrophe nach der anderen. Die Kunden wurden immer verrückter, die Probleme immer seltsamer. Man war mittlerweile so einiges gewohnt. Nein, schlimmer, man war abgestumpft. Wie sagte mein Ausbilder Joe einst so trocken? Jeden Tag steht irgendwo ein Depp auf. Ich muss das mal kurz ablegen, sagte der Mann mit Hut, der plötzlich wieder vor mir stand. Er legte eine Viererpackung Minion-Batterien auf meinen Infotresen und zog das zusammengefaltete Papiermaßband aus der Jackentasche. Irritiert sah ich ihm dabei zu und meine rechte Augenbraue rutschte schon ein Fingerbreit nach oben. Der Mann legte das Maßband an die verpackten Batterien an, gab sich sichtlich Mühe, den Nullpunkt der Skala bündig mit dem unteren Ende der Batterien zu halten und blickte mit zusammengekniffenen Augen ans obere Ende der Packung. Scheinbar hatte ich noch nicht alles erlebt. Ich räusperte mich kurz. Ich bin neugierig. Darf ich so frech sein und erfahren, was genau Sie da tun? fragte ich verlegen. Der Mann hielt seinen verkniffenen Blick auf der Batteriepackung und dem mühsam angelegten Maßband. Messen, antwortete er. Das hatte ich tatsächlich vermutet, aber was messen Sie? Mein Enkel hat gesagt, dass ich ihm Batterien mitbringen soll. Genau 49,2 Millimeter, hat er gesagt. Ist das Ihr Ernst? fragte ich. Haben Sie eine bessere Idee? bekam ich in einem fast belehrenden Ton an den Kopf geworfen. Naja, man könnte ja Ihren Enkel mal anrufen und fragen, ob er AA meint, schlug ich diplomatisch vor. AA? Hören Sie, so klein ist mein Enkel nun auch wieder nicht. Er weiß, was ein großes Geschäft ist, echauffierte sich der Herr. Hatte er das jetzt wirklich gesagt? Ich konnte nur noch den Kopf schütteln. Es kam immer jemand, der all dem noch einen obendrauf setzte. Immer. Man sollte meinen, dass ich irgendwann aufgehört hätte, mich über all die schrägen Vögel und komischen Gestalten zu wundern. Ich hatte Frühschicht. Ich war also bis zur Mittagszeit alleine in der Abteilung. Das konnte schon mal vorkommen, wenn einer der Kollegen frei hatte oder im Urlaub war. Ich bekam also drei Stunden lang alles ab, was zu uns in die Abteilung kam. Wie zum Beispiel diesen AA. Die Abteilung kam. Wie zum Beispiel diesen AA. Vielen Dank.